Nach einer derart langen und verworrenen Reise wird es Zeit für die Heimkehr. Kommt, meine Freunde, lassen Sie uns die Sache dort beenden, wo sie begonnen hat. In meiner Villa in Arkham. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Arkham Horse. Wir sind jetzt in der letzten Mission scheinbar. Und wir haben nicht den Bullen dabei. Der ist... Ich glaube, ich nehme den dennoch mit. Wir brauchen nämlich jetzt, glaube ich, die Besten der Besten aus dem Besten der Besten. Die Reichweite der magischen und Fernkampfangriffe der Gruppe. Den, den. Die beiden sind nämlich ein gutes Team. Agenten, äh, die Initiative der Gruppenmitglieder im Kampf ist gut. Ich habe nur die Wahrscheinlichkeit, dass die Waffe der Gruppe gegen mit einem Zustand versehen. Interessant. Drex hat eine gute Institution und kann Ratschläge geben, selbst wenn er nicht über das notwendige Wissen verfügt, okay? Eine verringerte Chance beim Zaubern einen Wildzauber zu verwirken. Es gibt nur einen Weg, dieses schreckliche Reise zu Ende zu bringen. Sie müssen zu Professor Tlinger's Haus in Arkham zurückkehren. Die Schrecken, denen Sie sich in Ihrer Villa des Wahnsinns stellen werden müssen, wagen Sie sich noch nicht einmal vorzustellen. All, bewegen, eins, zwei, drei, vier, bewegen. Bewegen. Ähm, Bändigung ist sehr gut. Des Weiteren ist... Oh, wo ist das Buch der Qual hin? Sind die dann kaputt gegangen? Scheint so, ne? Patronen. Abgesägte Schrotflinte. Karabiner. Es gibt keinen Grund, warum ich auf was anderes gehen sollte als Hauptwaffen eigentlich. Wobei, der könnte eigentlich ein Messer gebrauchen, würde ich sagen. Full of Ammonation. Ja, und dann wollen wir ins Szenario rein. Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir sind zurück, wo alles begann, aber etwas fühlt sich anders an. Beklemmend. Finden wir Professor Tillinghast und halten Sie auf. Ja, bitte kommen Sie und erblicken Sie gemeinsam mit mir die Gaben von Schuppenigras. Wir sollten sicherstellen, dass wir vorbereitet sind, bevor wir in das Haus, bevor wir das Haus betreten. Zwischen den Blumen entdeckst du einen Brief, der an dich adressiert ist. Mein verehrter Gast, als ich Sie an jenem schicksalsträchtigen Tag hierher gebeten habe, wollte ich Sie einladen, sich unserer glorreichen Mission anzuschließen. Sie würden es doch sicher zu schätzen wissen, als erstes unter meinen vielen Bekannten auserwählt zu sein. Die Evolution der Menschheit in Ihrem Namen zu erleben, leider haben Sie sich meines Glaubens als unwürdig erwiesen. Wieder und wieder haben Sie Ihre Schönheit entsagt und Ihren Segen vernichtet. Doch es ist nicht zu spät, um Ihren Fehler Buße zu tun. Sie können sich mir noch immer anschließen, weil Hermina Tillinghast. War es beim ersten Mal ja auch schon so groß? Eine Nachricht. Auf der Bank liegt ein alter Zettel, auf dem jemand etwas geschrieben hat. Einzelne Wörter sind durch Regentropfen unlesbar geworden. An... Na, irgendein Rezept mal wieder einfach nur. Vision. Sehr gut. Ui. Das ist nochmal so. Ein Gewächshaus ist alles dasselbe wie beim ersten Mal. I remember, I remember, dass das so... Das sieht wirklich so aus beim ersten Mal. Mhm. Du hörst, wie sich darin etwas bewegt und kannst dir ausmalen, was es sein mag. Telangina scheint einige der kleinen Kreaturen aus dem Bayout mitgebracht zu haben. Noch ein Karabiner. Sieht verdammt geil aus mit dem Nebel. Buch der Qualen. Nice. Dann nehme ich lieber das Buch der Qualen mit, anstatt... Die kann ich da... Die kann ich aber auch nicht die Munition rausnehmen, ne? So. 33. Ah, doch. Kann man. Okay, das wusste ich nicht. Soll ich nochmal überlegen, wo warte ich denn noch überall was? Hier hat man auch noch was. Der Rest war, glaube ich, überall keine Kugel. Munitionmäßig Waffen, übrigens. So, nenn man das. Du spürst eine abscheuliche Präsenz. Bist du sicher, dass du fortfahren möchtest? Ja. Nicht noch eins dieser Monster. Nicht nur irgendeins. Dies ist anders. Dies ist der Professorin selbst. Nicht nur irgendeins. Dies ist anders. Das ist die Professorin da drin. Da sind sie. Endlich. Und ja, ich unterscheide mich ein wenig von den gewöhnlichen Wiedergeborenen. Ich bin ihre Erwählte, ihre erste Jüngerin. Bald werden sie zusammen mit mir sie Lob preisen. Bald werden sie ihre kosmische Vollkommenheit begreifen und zusammen mit mir singen. Ja. Ja. Schuppen niggeras. Ja. Ja. Schuppen niggeras. Endo. Du hast nur 50 Leben. Das ist ja nix. Du hast keine Schnitte gegen mich. Oh. Oh. Und hier ist doch gar nix besonders. Erste Phase vorbei. Oh oh. Was? Was ist das für eine Abscheulichkeit? Ist dieses Ding Professor Telling hasst? At last my promised maternity is night. Behold my transcendent child and become free. Endlich naht die Mutterschaft, die mir versprochen wurde. Seht mein transcendentes Kind und befreit euch. Was ist aus ihr geworden? Es ist, es ist unbeschreiblich. Oh, jetzt ist die Sicht voll weit oben. Dunkel ist die Junge. Mutter Telling hasst. Nein, ich hab den falsch angekriegt. Das war dämlich. Das war dämlich. Das war dämlich. Ich hab den falsch angekriegt. Reich nicht aus. Oh, jedes Mal, wenn ich der 50, klingt das andere Schaden. Okay, I get it. We get it. We get it. Sehr gut. Nice. Was ist bewegt? Was bewegt sich tatsächlich? Ich dachte, ich war auch auf Range. Wenn man nicht... Noch einmal. Oh, oh, keine Muni mehr. Jetzt habe ich noch mehrere Waffen dabei. Er hat auf das Falsche geschossen. Okay, ordentlich weggekrippert. Sehr gut. Oh, das ist etwas. Oh, das ist gut. Oh, der ist immun. Du wirst jetzt sterben. Oder auch nicht. Easy. Ich bin sehr entschuldig. Was begann als Wissenschaftler, wurde eine Obsessenz. Diese Obsessenz hat sich an der Schmerz. Und die Schmerz hat mich verletzt. Die Dinge, die ich habe getan habe, wissen ich, dass sie unvergültig sind. Du hast das richtig gemacht, meine Freunde. Bitte, machen Sie das, was Sie müssen, um das zu tun, dass niemand immer folgt, meine Unspeakable Examen. Arkham ist sicher. Aber bei welchen Preis? Du bist noch immer bei klarem Verstand. Es gibt nur einen Weg, diese schreckliche Reise zu Ende zu bringen. Yes. Fortfahren. Thank you for playing. Da muss ich mal sagen, das war ein verdammt geiles Game. Ich bin nicht mit viel Erwartung dran gegangen. Und ich wurde auf ganzer Linie überrascht. Das war wirklich gut. Es hat echt viel Spaß gemacht. Die Story war gut. Das Gameplay war gut. Das Kampfsystem ist genau wie ich bei... Na, wie heißt das Spiel? Von Laren Studios. Divinity Original Sins mit diesen Punkten, die du pro Runde hast. Finde ich super geil. Also ich fand es wirklich sehr gut. Ein bisschen einfach. Ich habe es mir jetzt ein bisschen schwerer erhofft. Da soll wirklich die Charaktere mehr im Wahnsinn verfallen alles. Aber ich fand es sehr geil. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da vielleicht. Und bis zum nächsten Spiel. Auf Wiedersehen. Tschau tschau.